Bereit für die Unterwelt, die neuen limitierten Designs von Team Melone Rubin, saftiger Methist und das Unterwelt-Hochdruck-Design ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt's das Totem Netherite Allover Print sowie neue Plüschtiere, limitiert für kurze Zeit auf shop.chaos40.com. Hi Leute, wir sind nochmal Chaos40 und willkommen zurück zu MindShopthacker, hier wieder in der Welt von der Unterwelt. Weil Leute, das hier ist das neue Unterwelt-Design, das Teil der neuen Unterwäsche-Edition. Unterwelt meine ich natürlich, ups. Billy, Billy, die Unterwäsche-Edition. Hey Leute, okay, okay, ich kann's erklären, okay? Ich hab neulich einen Kommentar gelesen bei meinem Freund, der hat geschrieben, Flo, ich finde die Unterwäsche-Edition voll geil. Hey Leute, das ist so dumm, Leute. Wie kommt man drauf? Würde ich lesen, weißt du, dann lesen ich so einen Kommentar und das bleibt so unterbewusst in der Hinterseite von meinem Hirn. Und dann, wenn ich irgendwie das brauche, ja, dann nimmt sich so mein Hirn so eins der... Billy, na, nicht wisst, was ich meine. Ja, das ist bestimmt jedem schon mal passiert. Ähm, ich mein schon, ich mach wirklich so eine Unterwäsche-Edition. Ich glaub, das war, weißt du, so grüne Melonen unterhausen. Hey Leute, seid ehrlich, ihr würdet das safe kaufen, oder? Würde ich die Melone unterhausen rausbringen. Alter, das ist aber jetzt nicht das komischste, gell? Das ist nicht das komischste, was ich jemals... Ich hab auch schon... Ich hab eigentlich, glaub ich, aktuell grad irgendwo von einem Designer einen Regenschirm drin. Einen, äh, Regenschirm. Ich hab, äh, Socken, ich hab... Ich weiß nicht, was das komischste in meinem Shop ist, Leute. Ich könnt eigentlich, wenn ihr mal Bock habt oder Zeit habt, Geht mal in meinem Shop, shop.kauswitze.com Und schaut durch, was ist das komischste Zubehör oder Artikel-Dings Oder das Ungewöhnlichste, was ich in meinem Shop hab. Ich hab sauviele komische Sachen drin, äh... Was aber auch irgendwie fun ist. Und das wird auch gekauft von meinten, das ist das Witzige. Wie zum Beispiel Ostereier haben wir jetzt. Wir haben jetzt Kreide-Ostereier in den Farben hier der Unterwelt. Sachen amethyst haben wir hier. Hier haben wir Rubin. Hier haben wir Orange. Hier haben wir ein Billy-Ei. Aber Leute, das sind nur zur Info. Das sind, wie gesagt, keine echten Eier. Das sind Kreide-Eier, ja. Damit könnt ihr malen. Damit könnt ihr Billis beworfen. Ich weiß aber gar nicht. Weil meine sind noch gar nicht da. Äh, quasi. Äh, ich hab eigentlich einen Exemplar für mich. Aber das liegt doch bei meinem Shop. So muss ich das abholen. Äh, what the heck? Warum ist der so schnell? Miep, Miep. Es ist dieser Läufer, Leute. Wisst ihr, was ich mein? Dieser, dieser von diesem, äh, Kenyan-Western, äh, Cartoon. Oh mein Gott, der ist so schnell. Roadrunner, an den denke ich. Gibt's nicht hier noch eine deutsche Version davon? Leute, macht doch Miep, Miep. Warte, welcher Mod ist das, Billy? Roadrunner. Wir füttern den jetzt an Axel. Oh, oh. Warte, ist hier, dass der nicht die Axel-Lotels frisst? Miep, wie so eine Hupe. Oh mein Gott, er rastet aus. Ja, Billy, der nimmt jetzt seinen Platz ein. Der wohnt jetzt hier. Der wird jetzt mein neues Haustier statt hier. Nein, Billy, lass ihn, Billy, lass ihn runter. Warte, warte, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Billy, Billy, Billy. Er ist weg. Oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Billy, Billy, Billy. Irgendwann, lass alle meinen Daumen hoch da. Für mehr Minecraft-Hacker. Ich weiß ehrlich nicht mehr, wie lange das Projekt geht. Minecraft-Hack? Minecraft-Water-Hack? Ich will wieder was probieren, Leute. Was ist, wenn ich mich verstecke und der Hacker denkt, ich bin nicht da? Oh, ich sehe ihn. Oh, er hat einen Kompass. Hat er einen Spielerkompass? Hör, das ist cheating! Ich meine, okay, ich habe gerade einen Hacker als Cheater beleidigt. Ich glaube nicht, dass ich das juckt. Hallo? Deine Katze hat mich nicht gefunden, gell? Hoffe, du findest sie bald. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Aufgabe 12. Ey, Leute, wie lange geht denn das noch, ja? Leute, ist ihr schon mal aufgefallen? Wir haben jetzt Folge 24, gell? Wir haben ungefähr alle zwei Folgen eine Aufgabe, was eh eigentlich sehr viel ist. Billy, Billy, Billy. Jemand ist eingebrochen. Billy, wo warst du? Der Hacker hat gesagt, weil du nicht da bist. Musst du jetzt leiden. Der hat gesagt, nichts, man muss da sein. Guck mal, Billy. Warst der Hacker in? Billy? Billy, das war der Hacker. Ich glaube, das ist der Verfluchte. Was macht Billy? Wo schwimmt denn Billy hin? Ja, und jetzt? Wohnst du jetzt auf diesem kleinen Dings da? Ja. Okay, das will ich mal sehen. Kommst du zurück? Billy, ich dachte, du hast immer sehr allein dort gewohnt, Billy. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben neue dort, okay, ich will mal sortieren hier, okay? Was ist das Beste, was das Schlechteste, also Schlechteste, ich sage mal, das niedrigste Totem hier. Ich glaube, ist grün oder blau höher? Billy, was denkst du? Warte, ich glaube, es ist das hier höher, weil das ist ganz rot, das ist leicht orange. Das ist, glaube ich, das Niedrigste. Das Weiße. Dann haben wir blau. Dann haben wir grün. Dann kommt, glaube ich, Gelb? Dann Pink und dann Underworld Ulti-Blade. Billy, was denn? What the? Billy, was ist das hier? Die Sonne? Warte mal, Billy, wo hast du das? Die Sonne von Dalavera? Billy! Ich habe immer so Angst vor der Sonne. Die Sonne. Sie blutwahrten uns. Sie blickt in unsere Seele. Sie frisst alle Organe von innen nach außen, bis nichts mehr überble... Oh, ich glaube, Billy, so schnell habe ich dir noch nie grauen gehört. Billy, war das Banana Bread? Hast du Banana Bread schon wieder gegessen? Billy, ich habe dir das doch verboten. Du kriegst davon immer einen Ausschlag. Okay. Billy, wenn wir das kriegen, das stärkste ist heute im ganzen Spiel. Underworld Ulti-Blade. Ja, Billy, du musst schon einen Glückssatz vorher sagen. Du bist schon... Okay, Billy. Bet mal das Tote Mann. Sag bitte. Okay, und... Das war's? Das ist alles, was du an Glück machst? Oh, du heiliger Tod, ähm. Im Namen von unserem Retter und Schöpfer Arnold Schwarzenegger. Gib... Billy, war nicht fertig! Okay, okay, okay. Mach aus mir den nächsten Arnie. Gib mir die Gains im Fitnessstudio. Mach mich so super stark. Gib mir totem Glück. Gib mir die Macht des heiligen Jeters, um Billy 360 zu noskopieten. Und gib mir die Kraft, das stärkste Schwer, dem ganzen Spiel zu kriegen. Damit ich endlich Wuschel retten kann, der die ganze Zeit im Heck im Gefängnis ist. Oh. Ja, Billy, du hast deines nicht gesagt. Das war das Problem. Ja, Billy. Jetzt mach du noch mal. Ja, Billy, du hast immer irgendwie keine Ahnung deiner ganzen Lebensgeschichte erzählt, dass er... Weiß nicht, ob das den interessiert. Ach, wir machen an Holy Hellblade auf. Komm, acht ein Stück. Wenn hier nix rauskommt, werde ich Billy alte Vier aus dem Modpack löschen. Oh mein Gott! Ein Double! Ah, warte mal, Billy zweimal heißt, zweimal hebt sich auf. Das heißt, löschen... Nicht löschen und nicht löschen heißt wieder... löschen. Billy. Billy, die Sonne. Die Sonne. Was ist das? Aus welchem Mod ist diese dumme Sonne? Das ist so ein dummer Block hier. Okay, wir haben jetzt welche hier? Ich wollte es entchanten. Guck mal. Welches finden wir coole, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Eure Meinung. Das hier? Das ist das Eternal Exoplate? Oder das hier? Das Unholy Hellblade? Oh! Warte mal, war das gerade so, ne? Oh, Billy, bitte. Ich kann das nicht mehr, Billy. Es kracht. Leute, ich rede auch schon wie... ... die Gambo in Michael-Freunde. Hä? Okay, Leute. Die kommt offiziell in unser Geheimversteck von verfluchten Items. Billy, warum ist eines verflucht hier? Okay. Ich mach's mal so. Ähm, wo ist unser Verlies? Genau. Hier ist die verfluchte Puppe. Hier ist Talavera-Sonne. Bist du zufrieden, Billy? Hier, Billy, ja, ist auch ein Schwert. Oh! Warte mal, Billy, der Rüstung schnell lebt noch, gell? Ich hoffe, das ist dir bewusst. Der ist noch frei, Leute. Oh, Sharpness 3 ist gut. Sharpness 3 Sweeping Edge. Ja, es macht um 0,5 mehr als meins. Und das? Sharpness 3. Sharpness 3. Billy ist da uns. Okay, Leute. Wir müssen noch eine Aufgabe vom Hacker lösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, unter anderem... Ich hab mich nicht mal durchgelesen, by the way. Fällt mir gerade ein. Äh, Wuschelbüsch, die haben wir, Leute. Schopf im Kopf, das kommt recht zu mir. Ohne will ich ganz schnell sein, wenn ihr einen kleinen Wuschelino haben wollt. Ähm, ich glaube, wenn ich einmal rechts klick, ist er hier, Dings. Dann trage ich Wuschel. Warte, seht ihr das? Guck mal. Ich trage ihn hier auf mein Herzen. Bloß, wenn mich jemand ins Herz sticht, Wuschel das auffangt. Das ist ein wahrer. Ja? Wuschel hat dein Leben geopfert, nur um mich zu retten. Oder tut's hier. Und was machst du, Billy? Du opferst dein Leben überhaupt nicht. Und wirst du gejätet. Billy, das ist deine Belohnung. Okay, Aufgabe. Warte mal. Ich lager mal das hier ein. Aufgabe 12. Easy erschrecken. Jetzt. Hä, wie jetzt? Sie ist nicht online. Easy macht Hose. Also ich soll Easy so erschrecken, dass es sich in die Hosen macht. Äh. Wie mach ich das? Sehr gruselig verfolgt. Oh, ich hätte was, was Easy verfolgen könnte. Sonst du erschreckt. Warte mal, was ist da? Billy! Sonst werde ich erschreckt. Bin ich ganz sicher. Aber ich hab da was. Das wollte ich eigentlich eh demnächst machen, hier mit den Blöcken. Billy, komm mal mit hier. Ich hab was sehr, sehr cooles, was easy... Oh mein Gott, eine neue Sonne, Billy! Ja, Billy, du ärgerst mich wahrscheinlich auch von da. Du tust wahrscheinlich nur so aus, ob du Angst hast. Jetzt bin ich eine zweite Sonne. Billy, ich weiß, dass sie nicht verflucht ist. Du hast einfach nur Angst vor der. Leute, alle verfluchten Items kommen vom Hacker, ja? Denk mal zurück. Rüstumstinder? Hacker. Äh, Puppe? Hacker. Warte mal, gibt's irgendwas Neues hier im Spawn? Die sich hier irgendeinen Troll-Prank oder irgendwas Ähnliches gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird Zeit, dass du wieder mal einen Atompupsi reinmachst in die Sierkopf. Ähm, okay, alles klar. Lass mal schauen, was Easy so getan hat den Minecraft-Hacker. Die war jetzt eine saulange online, habe ich gesehen, wo ich meine Folgen vorbereitet habe. Aber ich weiß nicht genau, was die weitergemacht hat. Der Block ist, glaube ich, neu. Und der Rüstumstinder ist weg. Ja, sie war definitiv online. Wieso von der Chiso? Ich sehe aber so weit hier noch nichts Neues. Okay, Leute. Oh, ich bin auch hier. Die hat den Weg gebaut. Und ihr Haus ist größer geworden, glaube ich. Oha! Feiner Traum. Das ist aber nicht neu, glaube ich. Oha, das ist neu. Guck mal, Billy. Easy jetzt hier. Oha! Ey, das ist schon schön gemacht hier. Oha, Billy. Das sind Fleischfressen, der Pflanzen, gell. Die wird aufpassen. Hey, Leute. Wieso ist Easy eigentlich so gut im Bauen? Warum sind alle Mädchen in Minecraft so gut im Bauen gefühlt? Oho. Pfff! Ähm. War denn mein Speaker-Flock? Hä, hä. Warte. Hä, hä. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Späger-Block. Billy riecht nach Salz. Hä, hä. Oho. Späger-Block. Alexa. Spiel Team Melone Hardstyle. Ja, Leute. Wie oft ging eure Alexa schon an? Dütz selber wisch ich immer ein paar damit, gell? Das ist krass. Was ist das hier? Das Gehege von Axel und Axel Lino, wie die heißt. Okay. Leute. Wir müssen unseren Stroll machen bei Easy. Okay. Ich dachte mir, ich habe hier randomizer Hopper und so Zeug. Wir machen jetzt hier, dass Easy durchgehend verfolgt wird. Dann komm mal. Ich habe mir hier jetzt einen kleinen Geheimgang gebaut, weil das Ganze wirkt nur ein bisschen mehr Radius. Komm mal. No. Ich finde Easy den Geheimgang hier. Ihr seid safe. Auch jetzt gerade nicht erraten. Genau. Hier kann man runter. Und hier unten habe ich mir so einen kleinen Raum gegraben, ja. Und das hat mich vernetzt hier per Redstone. Das führt hoch per Schalter zum Heckalter. Und da würde ich das hier machen. Soll ich mir aus das hier einmal das, so können wir das aktivieren von oben. Und Easy kann es theoretisch noch ausmachen, aber die muss erst mal den Schalter finden, ja. Also wir haben theoretisch hier ein bisschen Freiraum, dass Easy das mal bemerkt. Okay, komm mal. Und dann hier so. Jetzt haben wir hier eine Hopper-Glock. Komm mal. Ah ne, die ist ausgemacht. Genau. Und wenn wir oben aktivieren, geht das hier an und nachher tickt das so. Da geht das aus an, aus an. Okay. Was passiert hier? Wir haben hier Redstone-Randomizer. Mit denen mache ich hier so, zack. Jetzt wird immer wenn hier, ich zeige es nochmal ganz kurz, entweder einmal rechts oder links, voll, völlig zu voll. Kommt das 50-50. Wir wollen halt, wie gesagt, dass Easy geht jumpscared und verfolgt wird, aber nur so alle 60 Sekunden. Das sage ich mal so, pro Sekunde eine 1% Chance. Also das ist wirklich selten. Das ist ein normales Spieltier und so einmal pro Minute was kommt. Eines von vielen Events. Das wird sau funny. Komm mal. Deswegen, jetzt haben wir 50% Chance. Jetzt 25. Jetzt 12,5. Jetzt 6,25, glaube ich. Jetzt 3,125. Und jetzt, glaube ich, 1,5%. Dass pro Minute ein Event auftritt. Komm mal. Es ist ganz Zufall, dass es, wenn alles aufleuchtet, dann passiert es. Das ist nicht so oft. Wir können es nachher testen. Ich mache das jetzt mal aus. Ich habe es im Singleplayer getestet. Da war es ungefähr so einmal pro Minute Durchschnitt. Ich hatte aber auch schon 3 in 3 Sekunden. Also das kann auch wirklich random sein. Guck mal, wenn alles auf einmal aufleuchtet. Okay. Wir können es nachher testen. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, zwei Chancen. Auf der anderen Seite sind es zwei von den Blöcken, weil er will ich ja mehrere Sachen haben. Also wir haben jetzt quasi eine 1,5% Chance, dass der Fall eintritt und 1,5% dass das hier eintritt. Das hier ist ein random Meme-Sound. Es gibt hier Modpack quasi so, irgendein Mod hat das eingefügt, dass so Meme-Sounds sind, wie dieses oder irgendwie so ein Pups-Geräusch oder irgendwas Witziges. Das einmal das passiert. Da gibt es ganz viele Varianten. Und das andere ist ein Jumpscare, also das Easy verfolgt wird. Die wird dann denken, hier ist ein unsichtbarer Mob. Aber Leute, es ist die ganze Zeit nur ein Fake. Das ist so funny. Okay. Einmal ich in Minecraft Jumpscare Sound, damit quasi Easy auch erschreckt wird vom Sound und unten der Jumpscare-Effekt als Chasen quasi. Dann kommt vor Easy so ein Freddy-Fastback. Ich glaube von Five Nights at Freddy's ist das hier aus dem Mod. Kommt so und erschreckt die und schrei doch richtig, okay? Alles klar. Das heißt, das sollte dir alles passen. Es ist wirklich nicht schwer aufzubauen gewesen. Ich muss mir das mal reinlernen, wie das funktioniert und wie ich das auf den Server richtig einfüge. Mit den Effekten, okay? Alles klar. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Billy? Bist du ready? Okay, warte. Dann mach, warte mal. Ich zeige mal ganz gut den Schalter. Billy, komm her, komm her, Billy. Hier oben habe ich nämlich den Lever. Genau hier. Ja. Aber wenn ich den jetzt aktiviere, beginnt das ganze Ding, okay? Billy, bist du ready? Es kann aus, dass ich instant kommt, okay? Es kann aus, dass ich mich ultra schreck, aber let's go. Der verfolgt Schalter. Wie gesagt, wir haben pro Minute Spielzeit eins. Billy. Warte, ich habe es gehört. Soll ich lauter machen? Soll ich es wagen, Leute? Ich mache auf 36. Wir können mal so tun, als ob wir easy sind. Komm mal. Hallo, ich bin Easy. Ich trage gern pink, saftiger Metist. Shop und kaufwitzig.com. Ich habe sie als erstes bestellt. Und deswegen ist alles ausverkauft. Genau wie das Billy plüscht ihr bald. Oh mein Gott. Okay. Ja, das passiert dann random bei Easy. Oh mein Gott. Ich muss es nicht schreiben, dass sie aufnimmt, sobald sie den Server betritt. Weil sonst wird es gespoilert, bevor sie ihre Aufnahme startet. Oh mein Gott, Leute. Ja, das war der Jumpscare jetzt. Aber wir haben immer noch ganz viele andere Meme-Sounds. Es ist halt je nachdem, wie lach wir haben. Oh mein Gott. Das war der Meme-Sounds. Oh mein Gott. Ey, Leute, ihr müsst schon sagen, es ist schon cool. Ich muss gleich noch einen Radius einstellen, dass das nur hier ist. Weil jetzt theoretisch ist es überall im ganzen Server. Das ist ein bisschen hart. Hat die sie hier ausgebaut? Oh mein Gott, Schinken dreht sich. Billy. Oh mein Gott. Ey, Leute, ey, ey, ey. Ich bin legit zusammengezuckt. Billy, ist es für dir auch? Oh mein Gott. Ey, Leute. Easy, wirklich, Leute. Das war richtig so, so diese typischen TikTok-Memes. Oder was ist es hier? Diese unusual Memes. Oh, was ist da hinten? Muss man uns demnächst anschauen. Okay, Leute. Ja, hier. Easy erschrecken. Easy macht Hose. Ich glaube, das haben wir safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das haben wir safe jetzt gelöst. Bunk. Billy. Das ist der Billy-Heat-Sound. Bunk. Denn ich will jetzt am liebsten hierbleiben. Ich glaube, ich... Oh mein Gott. Nevermind, Leute. Lasst ein Like. Bis zum nächsten Mal. Schreibt die Kommentare. Vielleicht mache ich die nächste Folge. Bleibe ich noch ein bisschen hier mit dem Aktiv. Ich glaube, ich finde das witzig. Hau rein. Abonniert mich. Ciao, Leute. Bereit für die Unterwelt? Die neuen, limitierten Designs von Team Melone Rubin. Saftiger Methist. Und das Unterwelt-Hochdruck-Design ist ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es das Totem Netherite All-Over-Print. Sowie neue Plüschtiere limitiert für kurze Zeit auf shop.kaos40.com.